2Face 1Face 2Face 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 Die Fledermanns! 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 Willkommen, Insassen von Arkham City. Es ist schön, so viele neue Gesichter im Publikum zu sehen. Ich muss den Kerl mit der Kanone ausschalten. Wenn der weg ist, ist der Rest im Raum ein Kinderspiel. Wir stellen jeden von euch vor die Wahl seines Lebens. Zwei Möglichkeiten. Ihr könnt euch uns anfließen, um eine neue Macht in Arkham zu bilden. Und diesen Ort für uns in Wissen. Batman! Raub! Aus dem Weg, du Feind! Unser Freund Batman ist hier. Schnappt ihn und schneidet ihn in zwei. Wieso versteckst du dich da oben, Batman? Was ist? Hast du Angst, oder was? Das ist mein Gerichtssaal. Gesetz ist Gesetz. Du hast in meinem Willen gefallen nichts zu suchen, Batman. Versteck dich nur da oben. Kommt schon, was treibt die Jungs denn da unten? Schlagt ihn! Schnappt ihn runter! Ich leg dich um! So weit mich! Hier, mein Sorge, ich dafür, dass du nie wieder... Die Katze gehört mir, Batman! Die Katze gehört mir, Batman! Der Möde kommt langsam! Haltet ihn endlich auf! Einspruch! Abgewiesen! Kopf- oder Zahl, Mieze-Kätzchen? Bei welcher Seite komme ich hier lebend raus? Nicht bei dieser. Du stirbst jetzt! Ich plädiere für einen Vollstreckungsaufschub. Keine Knarre, Haft? So ein Jammer. Das hier wird ganz schön wehtun. Ich hab noch eine, du Schlappe! Und ich hab immer gedacht, Katzen hätten neuen Leben. Lass dich nicht so hängen, Haft. Komm zum Kätzchen. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du voller Überraschungen steckst? Ich dachte, du könntest Hilfe gebrauchen, Selina. Ja, und wie. Ich glaub, ich hab mir vorhin einen Nagel abgebrochen. Sehr lustig. Und was willst du, Mr. Detective? Protokoll 10. Was weißt du darüber, Selina? Nie davon gehört. Das hilft mir nicht weiter. Was ist mit Strange? Ich trau' ihm nicht. Erst war er jahrelang verschwunden, dann taucht er wieder auf und man macht ihn zum Chef von Arkham City. Er arbeitet angeblich mit Joker zusammen. Und hat sich etwas ganz Besonderes für dich ausgedacht. Vielleicht ist das Protokoll 10. Der Ex-Bezirksstaatsanwalt sagte was für... Wir sehen uns bald, Benz. Hier ist es ja richtig gefährlich. Ist ja großartig. Erwartest du einen Kuss? Das war Joker. Du bist hier nicht sicher. Niemand ist das. Neun Leben schon vergessen? Ich muss herausfinden, wo die Kugel in den Gerichtssaal eingedrungen und eingeschlagen ist. Dafür töten wir dich, Batman! Der Ex-Bezirksstaat ist ein ganzes Problem. Ich muss den Tatort auf ballistische Beweise sehen. So erkenne ich, von wo aus die Kugel abgefeuert wurde. Die Kugel sind an der Kugel. Na los! Kämpfe wie ein Mann mit uns! Die Kugel ist durch das Fenster dort geflogen. Aber wo ist sie eingeschlagen? Ich muss den Tatort auf ballistische Beweise scannen. So erkenne ich von wo aus die Kugel abgefeuert wurde. Wenn du uns entkommst, krieg Joker dich. Entschuldigung! Ich muss den Tatort auf ballistische Beweisung. So erkenne ich, von wo aus die Kugel abgefeuert wurde. So erkenne ich.